Wir müssen nach vorne gehen, wir wollen sie schmeißen, einschulen und es gibt immer kleine Tricks. Wir haben gesagt, es waren Fragen wegen Videoanalyse und wir können Videoanalyse machen. Aber auf dem Platz muss alles funktionieren. Man muss solche Übungen ausdenken, wo funktioniert deine Methode. Jede Torwarttrainer hat seine eigene Methode. Wir müssen nicht eingreifen, sondern wir müssen so lassen. Aber jeder muss in eigener Art einige neue Dinge einbauen. Wir machen ganz gemütliche Warnmachen und dann machen wir hier an die Seite in den Schatten und wir gehen danach ins Tor. Wir machen vor dem Tor einige Bewegungen und dann machen wir weiter. Leider haben wir keine Mannschaft, aber wir machen trotzdem weiter. Okay, 3 gegen 2, 2 gegen 1. Was ist wichtig bei diesem Training? Was ist wichtig? Kommunikation. Okay? Kommunikation ist sehr wichtig. Wenn ihr seht was oder ihr wolltet mich fragen, warum, weswegen, ganz ruhig fragen. Auch in Übungen, ganz ruhig, warum mache ich so. Ihr könnt auch einige Dinge ausprobieren. Okay? Okay? Okay. 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 Das ist sehr wichtig, wenn wir stehen im Tor, die Spannung immer vorne, ok? Warum? Weil hinter uns steht das Tor, oder? Deswegen muss jeder Torwart aggressiv vorne sein. Mit dieser kleinen Bewegung, ihr könnt auch ausprobieren. Wir müssen immer stehen bleiben. Wir müssen immer stehen bleiben. Wir müssen immer stehen bleiben. Das muss ich auch spüren. Ja, ich könnte hier aufstellen. Aufmachen. Nein, nein, nein. Genau. Das ist richtig, aber du warst mit Sebastian Monroe. Ach so, klar. Aber deine Haare haben sich verändert, nicht? Ein bisschen kürzer. Ja, genau. Weil ich hab einen Moment gebraucht vorhin. Aber Sebastian hat auch geäußert. Ja, mag ich auch schon. Nein, ich weiß nicht. Was? Nein, ich weiß nicht. Warum? Warum? Truschenkappen. Ich bin nicht aufgeregt. Danke. 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 Du bist ja vorher im Winter eingeföst. Da war einer unten, Herr Knappen. Was ist denn der Dschutz? Jetzt sind wir auch neue Filme, wenn der Film angegelt? Macht er so, macht er so, Spaß, hintereinander. Und aufsetzen. Da vorne, hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Super! Gut, super! Gut, super! Gut, super! Und zurück, spielst du rüber! Okay? Natürlich in der Mitte, zu der zweiten. Okay? Und... Ein Kontakt! Ja, genau! Dann nötig ich einen Kontakt. Dann nötig ich einen Kontakt. Und dann wieder vorwarten. Okay? Dann lerns die Explosion. Ich habe gerade wieder vor, schaue die. So war! Dann geht's euch weiter. So war. Dann geht's euch mal! Dann geht's euch weiter! Das war's für heute. Hier ist es ein Schöne, ein Schöne, ein Schöne, ein Schöne, ein Schöne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja! 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 Oh! Oh! Cool! Super gewartet. ... aber ich hab jetzt schon gewusst dafür. Wir haben alle jetzt gesehen, weil die alle da ein bisschen arbeiten. Sie haben alle noch gerne, oder? Die sind so kalt und langsam. Super! Das ist so froh, ne? Das ist so froh, ne? Das ist so, die Leute, ne? Super! Super! Lauter, lauter! Jetzt bleib ihn, bleib ihn! Super! Warte noch mal, aufnehmen den Ball, aufnehmen den Ball! Bleib ihn, bleib ihn! Gut! Nächste! Ich mach ihn zweimal! Warte noch mal! 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 Ihr versteht diese Situation? Hallo? Ja? Nein! Warte noch mal! Warte noch mal! Warte noch mal! Warte noch mal! Ja! Ja! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Du brauchst keine Angst zum Ball haben! Warte noch mal! Mach einen Meter weit im Abseits. Hänge, 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 komm. Gut, gut, super. Wechsel. Gut, super. Drei gegen drei Situation. Habt ihr gesehen? Danke, gut. Was? Ja. Okay, danke. Komm, wir ziehen. Ja, schau. Zieh nach vorne. Efter, efter. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Wechsel. Wir lauter reden, weil ich höre gar nichts. Jetzt raus, jetzt raus, jetzt raus, Engel. Super, gut gewartet. Gute Entscheidung. Gut, gut, super. Gute Bewegung. Wechsel. Wechsel. Raus, raus, außenhalb vom Sechzehner. Weiter noch, weiter, weiter. Gut, wir wollen kein Tor kriegen. Was passiert bei dieser Situation? Wer hat aufgepasst? Nein. Woher kommt der? Von rechts. Von hier. Ja. Von hier. Ja. Und warst du allein, oder? Du musst rauskippen, oder? Du musst rauskippen, oder? Du musst rauskippen, oder? Du musst rauskippen, oder? Ja. In deine Richtung, oder? Ja. Viel zu fliegen. Weil, wenn ihr es macht, ein Dribbling, mein Schiff war auf lange Mal, in deinem Leben frei. Okay? Solche Situationen müssen wir kennen, kommunizieren und vorher schicken. Die Frage, okay? Okay? Danke, ja. Ja, raus, Jungs. Raus, raus. Raus, raus. Nein, 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 nein. Daher geht's. Ja, nein, nein, nein. Du bist da? Du bist da? Ja. Du bist da? Ja, die Autorzangen. Man, ja, du bist da. Gek, le. Du bist da. U, das war noch nicht. Ja, nein. Du bist da, ja. Ja, ho, ho, ho! Super, gut, Jungs.